Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ja, es ist mal wieder soweit, ja In der letzten Folge kam ja sehr unerwartet Dan zu Besuch Ja, ich würde sagen, ihr habt uns ja gedroht Ich würde es am Anfang nicht so ernst nehmen Ich würde die Anklage trotzdem nicht zurückziehen Wir müssen jetzt erstmal auf jemanden warten, der das Richteramt übernehmen soll Und darüber wollen wir uns heute kümmern Und zwar eröffnen wir heute ein schwarzes Brett im Dorf Und fragen da eben, ob jemand Richter werden will Oder Richterin, je nachdem, soll mir alles recht sein Da würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal die Villa So, ja, oh, ich habe vorhin mein Universe-Tiler weggelegt Sollte ich mir vielleicht wiederholen, weil sonst komme ich hier schlecht raus So, das sind wir jetzt auch im Dorf Ich würde ganz einfach sagen Einfach und pragmatisch Oh, wie ist das jetzt meine Ah, mein Spitzhack ist schon wieder kaputt Ich würde sagen, wir stellen hier in der Mitte so irgendwo die schwarze Bretze an der Seite Oder klären das so Zum inoffiziellen Dorfplatz Also das Problem ist, äh, ich habe meine Spitzhack zerstört durch dieses Parkkoppel Ach so, stimmt, da ist ja bis ganz so rum Das hatte ich vergessen Ja, dann müssen wir den Dorfplatz, glaube ich, noch ein bisschen ausbauen Ich glaube, darum kümmere ich mich jetzt mal Und dann zeige ich euch, wie es am Ende aussah So, da bin ich wieder Also ich hatte meine Geschichte, Richter oder Richterin gesucht, bei Interesse bei Micro 33 melden Also ich würde sagen Damit passt, da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr in Zukunft aufs schwarze Brett Ich habe jetzt hier erstmal den Marktplatz noch freigemacht Ob man das jetzt überhaupt Marktplatz nennen kann Das ist hier eben selbst überlassen Aber ich würde sagen, das ist schon ganz gut Und ich glaube, hier würde ein Beet sehr gut hinbaus Das können wir uns vielleicht mal in Zukunft überlegen Und wir da ein Beet hinmachen Aber ich würde sagen Damit sich für diese Folge Ich hoffe, euch hat diese, äh, im Vergleich jetzt etwas kürzere Folge Weil die letzten Folgen ja etwas länger waren Gut gefallen Lasst gerne ein Abo da Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss